Hallo Freunde, hier ist der Darkness und willkommen zurück zu BMX XXX. Ja, wir sind immer noch in der Stage mit dem Namen, ich habe es vergessen, stehen geblieben. Tolle Vorbereitung. Ja, ladt schneller. Schiepels, ja, so hieß es. Ja, ich habe nochmal geguckt wegen den drei Donuts mit unterschiedlichen Flat. Tricks. Ich weiß zwar jetzt, was ein Flatland ist, aber ich weiß immer noch nicht, wie man an die Donuts rankommt. Naja, ich werde auf jeden Fall mal das machen, was die von mir wollen. Drei unterschiedliche Flatlands. Das ist ein Scheißjob, ich würde lieber Rad fahren. Ähm, du solltest echt mal in die Mall fahren, Kumpel. Du musst nur an dem dämlichen, bar den Penner kannst du nur mit Donuts. Wenn du mir zeigst, was du kannst, schenk ich dir... Ah, okay. Ja, dann wollen wir das doch mal machen. Ähm, ja, so sollte das nicht aussehen. Oh, war das schon einer? Ach, kacke, die Aufgabe ist abgebrochen. Natürlich darfst du dabei nicht auf die Fresse fliegen. Also nochmal. Erstmal in den... Ja, das war kein Flatland. So. Höpp. Moor, jung. Das ist doch wohl ein Flatland. Oder? Hol dir die Donuts mit drei unterschiedlichen Flatlands. Ja, noch unterschiedlicher. Wow. Ah, okay. Ha. Geschnallt. Ja, das war die falsche Taste. Ja, dann ist der Rest jetzt einfach. Los, geh in den Flatland-Modus. Danke. Und geh raus. Das war einer. Das ist der zweite. Und... Ach, mon, ey. Fahr da lang, wo ich will. Hapsim. Wo bin ich dagegen gefahren, bitte? Vom Botstein abgeprallt. Also nochmal. Ja. Ja. Ja, ja. Ist klar. Flatland 1. Hapsim. 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 Mann, ey. Ich bin auch zu nix zu gebrauchen, wa? So schwer kann das nicht sein. Also nochmal. Hapsim. Mann, ey. Multitaskingfähig bin ich auch nicht. Der wievielte Versuch ist das jetzt? Keine Ahnung. Hapsim. 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 Ähm. Los, komm mal her. Danke. Und den letzten. Hapsim. Danke, sammel die Donuts, hä? Ach so, da vorne die. Und jetzt ganz schnell. Ost. Tatsache. Du wirst von dem... Scheiße, wo muss ich mit den Dingern hin? Ich hab da doch eben einen grünen Pfeil gesehen. Ach, da muss ich... Meine Frösse, ey. La 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 la. Und noch ein Versuch. Flatland 1. Flatland 2. Und Flatland 3. Sammel die Donuts ein. Und jetzt fahren wir sie mal schnell zurück. Und... Angekommen. Bams. Und da schießt du den Donut ab. Ah, da hinten ist er. Ähm, da soll das jetzt auch neue Aufgaben für mich geben. Hey, da oben ist ja jemand. Flat. Bremsen. Umdrehen. Was willst du denn von mir? Verdammt, die ganze Gegend, bla bla bla. Seit 40 Jahren hier und ich. 1.000 Mal gesagt. Und wenn dieser verdammte Abwasserbecken nicht loswerden wird, dort bald passiert. Ja, was soll ich denn machen? Dommel 20.000 Punkte im Abwasserbecken. Ähm. Ja, das ist natürlich toll, weil... Der Donut da nur drin rum... Ah, cool. Man kann also auch, wenn man einen Unfall gemacht hat, weitermachen. Das ist sehr nett. Grinden wir das eben zusammen. Ich hoffe, das hier ist auch das Abwasserbecken. Lalalalalala. Lalalalalala. Oh. Ja, haha. Haha, das können wir noch mal machen. Also, noch mal da hoch. Hüpp. Das war nicht hoch genug. Oh, ich habe es schon zurückgebracht. Hüpp. Bremsen, bremsen. Und umdrehen. Hüpp. Machen wir das noch mal. Ja, voilà. Und direkt vom Donut. Ach, leck mich doch. Du behämmter scheiß Donut. Die Punkte werden irgendwie nicht zu diesem Kanalbecken gezählt. Oh, was soll das? Was war das? Was soll ich machen? Ich soll die 20.000 Punkte in einem Trick machen. Oder wie? Das kann ja mal lustig werden. Das kann echt lustig werden. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Nicht mich rauskicken, du scheiß Donut. Meine Güte. Braucht 20.000. Los schon, füll dich schneller auf. 16.000. Och. Du dummer, dämlicher Donut. Scheiß Donut. Fick dich Donut. Mann, ey. Das kann doch immer echt nicht so schwer sein. Also, nochmal hier hoch. Ähm. So. So, noch ein Versuch. Meine Fresse. Ey. Boah. Da kriegst du echt Puls. Da kriegst du mehr als Puls. Mann, ey. Ja. Ich denke mal, ich muss das in einem. Fick dich Donut. Boah. Meine Fresse, ey. So, und wieder vom Donut. Ey. Boah. Darauf hab ich keinen Bock mehr. Echt nicht. Flieg auf die Fresse. Los. Flieg auf die Fresse. Will aus diesem scheiß Level hier raus. Danke. Ach, da war nicht genügend Schaden. So. Ist das jetzt genügend Schaden? Immer noch nicht. Komm. Fliegst du hier nochmal. Bäms. So, jetzt aber. Boah. Boah. Cool. Fünf Herausforderungen gemeistert. Speichern wir mal. Ja, überschreibe es. Und machen wir einen neuen Versuch. Sammle 20.000 Punkte im Abwasserbecken. Ohne hinzufallen. Das könnte jetzt eine Zeit dauern. Ja, ja. Laber weiter. Hm. Wow. Was war das denn? Hopp. 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 Ja. Du hast da keinerlei Kontrollmöglichkeit. Du weißt nicht, wo der Donut ist, was der Donut macht. Du weißt einfach gar nichts. Außer, dass er dich irgendwann vom Rad holen wird. Meine Fresse, ey. Den, der die Quest entwickelt hat, den sollte man erschießen. Echt, der wurde von seiner Mutter nicht genug geliebt. Oh, da ist der Donut. Oh, ja, genau. Zeit ist um. Sehr schön. Und jetzt hätte es natürlich geschafft. Ach, Game, du willst mich verarschen. Ich will da hoch. Ich will da immer noch hoch. Bremsen und drehen. So, fahren wir dich nochmal fast über den Haufen. Ja, komm, deine Katzen, die haben wir jetzt oft genug gesehen. Ich glaube sogar, ich muss im Abwasserkanal landen. Wake up in the Mbers. Wake up in the Mbers fault. Wake up in the mbers fault. Wake up in the mbacks in the mbers lowest Sepirche ratedä.